Herzlich willkommen bei Hölzmann und Frabernats Heizungsbau in Dörth. Seit 1983 sind wir Ihr kompetenter Partner rund um die Haustechnik. Für modernstes Baddesign sind wir bestens qualifiziert und beraten Sie gern. In unserer großen Bad- und Sanitärausstellung in Dörth an der A61 möchten wir Sie mit neuen Trends und Ideen inspirieren. Hier finden Sie auch unsere Ofenausstellung. Circa 6000 Artikel führen wir in unserem Fachmarkt für Sanitär und Heizung. Hier bieten wir ausgesuchte Markenprodukte in Verbindung mit einem professionellen Serviceangebot. Wir bieten eine breite Palette energiesparender Heizungssysteme an. Ob konventionell oder regenerativ. Auf die fachgerechte Installation und Betreuung durch unsere qualifizierten Mitarbeiter können Sie bauen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel. Auf die Nachhaltigkeit unserer Installationen legen wir großen Wert und mit unserem 40-köpfigen Team können wir Ihnen eine schnelle und zuverlässige Betreuung garantieren. Hölzmann und Frabernatz – Ihre Experten für Sanitär, Heizung, Klima und Lüftungstechnik. Verlässungstechnik 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 Verlässungstechnik